clockwork back in town einer meiner all-time favorites glaube ich ist in diesem spiel auch nicht schlecht gut gegen patsch gut gegen earthshaker auch relativ gut gegen luna auch dann wenn ich gerade noch die blade mail habe passt gegen gebetten are you sure you're gonna be fine was er gesagt hat excuse me did you talk to me are you sure you're gonna be fine on board yeah let me solo please need some xp so okay well thank you for the word that should help me a lot so so patch unten das ist ziemlich gut aus support die gleich sehr gut geworden haben die mit und die safe lane secure das sieht ziemlich gut aus und ja ich bin sehr aufmerksam das verspricht schon mal gut zu werden sollten die lane oben ziemlich dominieren you should dominate top lane easily whoever comes there with jacquero ich muss sehr vorsichtig sein und noch sehr gefährlich ist mit einem patch ich denke wir sollten versuchen sie zu töten zu töten weil elberna ist zu schwach zu lösen wir können nur den range durchgelassen können wir los geht's los 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 Sehr schön. Ich habe auch noch einen Fairifier für Notfälle. So, das läuft sehr gut. Ich kriege mal eine XP. Und noch ein Last Hit. Oder bis jetzt schon den dritten. Noch ein Last Hit halt. Zufrieden. Schöner Start. Na, da kommt schon die Creed Wave leider. Do you want to be, like, the same nice support or full support? So, der Missing Bottom. Ah, nevermind. Patch is back. Shaker is still missing. Wollte ich die Luna auch wegstoßen. Ich wollte sie nicht mit in den Corks einschließen. Aber... Spam some Mana, Rubik. And then we take the Shrine. And then we take the Shrine. Spam Mana war nicht wie das gemeint. Okay, on my way. Okay, I'm gonna go. Mana auf Codown. So, meine Boots holen. Abaddon ist got nothing. I'm doing fine. I'm doing fine, Bottom. Working out all right. Rubik, you can actually go and eat and help Shaddapeat. Can you do that please? Boom! There he goes! Because he's dying here. Can you up the chicken? Oh, okay. I see. I see. I'm gonna push. I mean, I'm gonna pull. Can you push it? So. Can I TP ready later? You just need the work here. You just need the work here. That's all. Mid-tar taking damage. Hmm, 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 hmm. Schön, zweimal reingelaufen. Get your rex, Ben Gojango. So. Cop, 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 he's top, cop, he's top. Just go back, go back, go back, go back, go back. Muss Level 6 werden. Man, I told you. Why don't you listen? Pooja's here. What do you mean you couldn't? Just jump away. Yeah, nice try. No, we can't kill him. The fuck? No. Scheiße. Warum ist der Nidal angelaufen? It's not time yet. Rock it on. I think we can kill Luna bottom if somebody joins. I have a TP ready now. And it's up. Okay, she killed herself. Basically. Vielen Dank, Luna. Hm. Bisschen zu stumpf. Auto-Attack. Force Staff. Mal her mit dem Quatsch. Das ich bisschen. Rotation machen kann. Ich versuche mal ein bisschen XP zu bekommen. Well, the counter kill is not that bad. Oh, you're not going to red. So. Gop is going bottom, I guess. Not sure. I have ult ready. So I can go to any lane now. Top, mid, bottom. Can anybody help bottom? I'm a few seconds. Why not just lift one at the tower, Rubik? Instead of just running. Do it with flair. They smoke, they smoke. Rush smoke. Pop is smoke. Congratulations. Your middle tower is being attacked. Can I help you kill Luna? Can we? If you start. Yeah, I'm ready. Let's go. Let's go. Wow, super. So. I've lost some money. Need more. Soll ich gleich mal die Clarity benutzen. Den Forster fertig machen. Okay. I'm on my way mid. I don't know what to do. Yeah, we can just try to zone them. So not just give up the tower for nothing. I have... Oh, close one. I have four staff ready now. We should kill Lunar Bottom. Yeah, yeah, yeah. Don't block. Easy. Yeah, and I have a... So. So. Lift. Telekinesis. Don't be so defensive. Never mind. Touch is here. That's how I'm going to interpret it. Where did he go? Where did he go? Was he just a sec ago? Am I blind? Crazy? Boom. There he goes. Hmm. I don't get it. They're going bottom. I got TP. Coop is bottom. Coop is here. But we can fight at the tower. Yeah. We should. I think they walled it here. What the heck? Let's do it. Okay. 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 Time. Okay. 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 Das ist so schlecht. Hmm. Ich sollte nicht das Spiel verloren haben, so hart. Ich habe das Spiel verloren. Ich denke, Sie müssen uns, wenn Sie alle fünf pushen. Ich weiß nicht. Okay, wenn sie retreat, wir müssen sie jetzt. Wenn sie split up. Ich werde sie hier catchen. Da ist ein Wart, wenn Pacho geht hier. Das ist ein Wart, das ist ein Wart. Ja, du kannst nicht so gehen. Just farm. Slug. Guys, nicht das. Ja, nicht starten. Just farm. Das war ein bisschen. Ja, aber wir können sie nicht töten. Wir können sie nicht töten. Wir können sie nicht töten. Das ist evident, man. Just split and try to win some money. Just farm. Auf Wiedersehen. Ja, ja, ja. Abaddon is here, you can kill them. Nah, we wouldn't have enough damage to kill her fast enough and the hope would have been enough cooldown then. So... Have you Luna bekommen? The Luna can get back into this game because Luna is really careless. It should not be our way. Just avoid major teamfights for now. Through your bottom. Just go top, go middle. Just farm it. Yeah, farm some, push some. Get out, get out, get out. Get out, man. What? We saw them. We knew they were there. Oh, nice solo. On my way top. On my way top. Yeah, I'm coming. Coming, coming. I've played very soon. She's not that careless. Maybe if we get a ward here or here. Oh, never mind. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go! Go back. I got the Shadow Blade. What the fuck, man? I'm under attack. You've had the Shadow Blade. Well, I think it's even a worthwhile trade, so... Yeah, but... Because they're so far ahead. It's okay. On my way top. I've Hookshot when I arrive and also Blade Mayor. Nah, don't do that. We need to split. Just split this one. Yeah, when they overextend, we can go for them. They split up in the jungle, for example. Luna mid. Luna mid. Yep, yep, yep. On my way. But they still have Tier 1. Okay, okay, okay. I'm coming. Go, go, go. I cut her off and she retweets. Go, go, go. Lift, lift, lift. Oh my god. I'm so bad. I'm sorry. Never mind. Still worked out. Jesus. I made a piece of... No one missed. I'm so nervous about this game, so... I don't want to lose. Ha, Minise. What's that? I'm so nervous about this game. So... I missed. I don't want to lose. Ha, Minise. So... I don't want to lose. I'm so nervous about this game, so... Oh, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nein, du bist nicht. Ich bin bei Blink, bei Blink. Ja, ich habe Hookshot und 5. Ja, ich denke, er weiß. Ich bin tot, ich bin tot. Ich sollte schnell zu können, um zu töten zu können. Ja, aber wir haben keine Brust-Damage. Wir müssen ihn schützen. Ja, aber vielleicht ein Eis-Path in meine ... Ja, ich habe versucht, aber ... Ja, nevremind. Ja. Ich würde sagen, wenn wir können, das wäre toll. Und dann ... Fischer ... Ich habe versucht, den Top-Damag mit meinem Kog, also war mein Mist, also. Blüter 4-Star von Patch. Abaddon hier. Ich komme. Ich habe Hookshot und Bladenail. Ich komme. Ich habe Hookshot und Bladenail. Das ist alles. Kopp ist Top. Ich denke, Abaddon war es hier, oder hier. Er war es hier. Er war es hier. Suspisch. Ich habe ein Eis-Path. Ich habe ein Eis-Path. Ich habe ein Eis-Path. Ja, okay. Es ist die Waffe. Es geht weg. 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 Ich bin nicht bereit. Es geht weg. Ich muss nichts rauspushen. Leck. Ich kann das nicht rauspushen. Ich bin nicht weg, ich kann da. Ihr könnt nicht weg. Okay, wir können sie töten, wir können sie töten, sie haben keine Luna, nur eine Luft. Die f***? Ich komme. Geh zurück, geh zurück. Keine Ulti auf Slarph, keine Ulti. Ihr Mitteltower ist unter attack. Just create space, das alles. Incoming! Wart. Es kann hier sein. Ein Patsch schön erwischt. So, TP einpacken. Noch ein... Ich denke, sie können jetzt in den OCEAN gehen. Weil sie fühlen, wie schrecklich. Kann ich checken? Also, wir brauchen eine Smok-up, ich glaube. Wenn sie alle hier sind, werde ich sie töten. Roshan Pit. Ja, fern sie. Ja, fern sie. Die Tauern nicht. Er ist nicht hier. Was vermischt? Wann ist sie hier? Ich muss verteidigen. Wow, that was close, damn it. Schneller. Der Reindrop ist Leben gerettet. The bottom tower is in ruin. Not yet! Coming in. Flames in the can. The bottom tower is dead. Do it, man. I'm not ready. You can chase them. Crop TP'd out. Not really. Don't. Cancel TP, cancel. What the fuck? What the fuck? Yeah, I thought Crop went out. My bad. Jesus. Get back, get back. High ground, high ground. Get back. The Shadow Queen is so bad. Okay, jetzt mal schneller. Müssen wir in die Mitte, ne? Sharescap holt. Reicht da nicht viel. Dass wir mal woanders dann pushen, das wär ganz gut. Need to deward here, when they leave. Can we small gank them out of position? They don't have eco slam? Guys? Yeah, when they're all together, it's kinda hard. It doesn't help us. No, it help us. I can use my macro carry. Guys? No, I'm dead. 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 Go, go, go. They're all five together. Yes, but I have micro pair, man. And veil of discord. I have a cop on me. For fuck's sake. Shots on cooldown. Shots retreat. I don't think so, just go back. Yeah, this game is over. Yeah, this game is over. While you get back, shut up. Okay. Okay, we have no chance with this shot of him. Just have to wait now for them to make major mistakes. That's right. How we can maybe win this. It's gonna be hard. But what else can we do? We have to see if they split up. Not like this. We can't fight top right now. We have to fight high ground and we have to fight him when they split. Yeah. And maybe, for example now, Slark push mid when they're all... We have to get some objectives. Slark push mid when they're all top. I'll push bottom. When they are somewhere on the map, we have to use the space. They're going for shrines now. What if they go Roche now? What should we do? Well, we can't contest it if they go for Roche, actually. They don't have losing beam. If they go for Roche, we have to push our top and bottom. Or maybe take mid even. We have to get what we can from the map. We can't fight him right now. Slark! What you're doing... It's like exactly the wrong thing. You're achieving nothing on the map. Leave a push with me bottom. Yeah, they're Roche. We know. We just saw them. It's like... We are so far behind. We have to use the space we are given. That's a bit of what you see in many people. They don't know how you play it properly. It's really so. Now we have to defend high ground. Oh, there goes Ryan. That's good. Yeah, then push out this fast. As fast as you can. Slark! Just carry TP. Go to one lane. Try to farm a lane as long as they are not high ground yet. That's what we have to do. Skip the lane. Get the tower. You see, just use the space. Slark, you can skip the creep rate on me. Patch is here. He's here. Now it's when we need you, Slark. Slark! Now we need you. Go. Was ist das so? Leute, sie haben nichts, nur fighten! Gott, diese Lark fokussiert auf Poch, das ganze Spiel. Warum fokussiert, Cobb? Er kann einfach wegblinken, Mann. Und er hat alles, alles an uns. Warum fokussiert ihr? Okay, alles klar, wir haben es. Und der Slark leider auch nicht. Ich muss ihn fernsteuern, micromanagen, dass man mal sagt, dahin gehen, dahin gehen, rechtzeitig zurückgehen. Also wirklich, dass sie mal erkennen, okay, jetzt habe ich hier Space, jetzt sind sie da, jetzt kann ich was machen. Das muss man als Carry und als Core-Player drauf haben. Und das haben sie halt echt nicht drauf. So mal gar nicht. Ich muss dringend mein Egonus wirklich kriegen, dass ich halt kurz und cooler auf meinem Ulti habe. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Need to finish my axe or can I re-engage multiple times in the fight. Now, when they split we have to engage them. Radon's top, somebody shows up bottom alone or something like this. Luna's top. Seems like they're all top. Just go back, Stark, like this. Ops. Hab ich getauscht? This fucking Shadowfiend is fucking joke. Fucking idiot. Ach ja. Der war mal wirklich schlecht, der Shadowfiend. Wirklich schlecht. Von Anfang an die Mitte so krass verloren. Schade, es lief für mich gut. Wir hatten auch oben First Blood. Sie hatten jetzt nicht allzu starke Lanes mit dem... Vielleicht hätten wir eigentlich mehr unter Kontrolle haben müssen. Keine Ahnung. Also, ich weiß nicht genau, was sie da gemacht haben, aber... Also, den Abaddon hätten sie völlig kontrollieren müssen. Der darf eigentlich... Der kann gar nicht in die Nähe der Lane kommen. Gegen einen Rubik und einen Jakiro. Was will der denn machen? Kann sie ja ein Fortex Shield geben und das war's. Ähm... Pater Api schreibt gerade, Luna war wirklich schlecht. Ja, Luna war sehr unaufmerksam, sagen wir es so. Ähm... Hat nicht besonders gut gespielt. Was gerade nochmal geschrieben wird. Aber... Ist halt einfach trotzdem sehr viel nützlicher gewesen. 6.000 Hero Damage auch. Und das ist auch noch... Da wird sein Ulti mit eingerechnet. Den er noch beim Sterben immer gemacht hat. Also, der hat vielleicht normal... Hero Damage irgendwie 4000 gemacht oder so. Durch den Ulti hat er noch ganz schön was dazu bekommen. So, boah, war der Scheiße. Ah ne... Null Building Damage. Null als Shadow Fiend. Null. Das ist auch richtig schlecht. Also, der hat einfach von vorne ein bisschen Scheiße gespielt. Keine Ahnung. Was da los war. Ärgert. Also, es ärgert schon, wenn das so extrem ist. Was mich ein bisschen mehr noch im Spiel geärgert hat. Auch den Slug. Man muss den so ein bisschen... Den Leuten mal erklären, wie sie spielen sollen. Also, das ist wirklich, dass sie... Gerade als sie oben gepusht haben oder in den Schreien nehmen. Oder wenn wir wissen, dass hier Ruhe scheint ist. Dass man wenigstens den Space nutzt, den man hat. Das hat der Slug auch nicht gut gemacht. Dass er irgendwie mal erkennt, wo Space ist. Mein Gott. Das war kein einfaches Spiel. Deswegen... Ähm... Ist das nur so... Das hätte uns vielleicht geholfen, wenn er es ein bisschen besser gemacht hätte. Aber... Was stimmt, dass der Jack Hero 0 Building Damage hat, ist auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht genau. Oben die Lane, was sie da gemacht haben. Ob sie so oft in die Mitte gegangen sind. Ich habe es nicht beobachtet. Aber eigentlich hätten sie... Erstens. Erstens. Sehr einfach. Den Abaddon unter Druck setzen können. Müssen. Das ist das Erste. Das hätte passieren müssen. Den Abaddon easy zonen. Unterdoll bringen. Stacken und pullen. Und... Was schon richtig ist. Das Building hat gut kommuniziert und hat auch oft richtige Ideen gehabt. Das ist schon richtig. Aber... Null Building Damage auf Jack Hero. Was... Also die obere Lane... Wir haben die Mitte krass verloren und die obere Lane haben wir nicht richtig gewonnen. Ich weiß nicht warum. Also das hätte eigentlich passieren müssen. Und die zwei Sachen zusammen haben uns dann ziemlich das Spiel verloren.